Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gamesload-Podcasts. Mit mir, dem Sepp, Folge 29, bald steht schon die 30. Folge an der Tür und die 30. Folge wird wahrscheinlich nicht Anfang Juli kommen, sondern, übrigens, Entschuldigung, dass ich mich wieder verspätet habe, eigentlich sollte die Folge am 6. kommen, die wird jetzt wahrscheinlich für euch am 7. kommen, weil ich habe mich ein bisschen vertrödelt und sowas. Auf jeden Fall, die 30. Folge wird nicht Anfang Juli kommen, sondern wahrscheinlich Mitte dieses Monats, vielleicht sogar schon in ein, zwei Wochen oder vielleicht sogar schon nächste Woche, weil dann finden wieder das Summer Games Fest oder die Ersatz E3, wie ich sie nenne, statt, wo so einige neue Spiele angekündigt werden. Und ich habe ja schon gesagt, seitdem ich diesen Podcast-Rhythmus umgestellt habe, von einmal die Woche bis zweimal die Woche, glaube ich, auf einmal im Monat, dass dafür, dass der Rhythmus quasi länger ist, also dass weniger Folgen kommen im Durchschnitt, dass dafür aber auch häufiger mal Special-Folgen kommen. Weil wenn man dann eine Folge im Monat hat, dann ist das blöd, weil ich will ja auch nicht nur die Spiele besprechen, die ich so gespielt habe, sondern ich will auch so ein bisschen diese Events mit einbeziehen, wie die Games kommen, wie die E3 oder die Summer Games Fest oder die Game Awards am Ende des Jahres oder sonst was. Oder einige State of Plays oder Nintendo Directs, die es hin und wieder mal gibt, die würde ich gerne hier einbauen. Und da ist es immer blöd, wenn das nur einmal im Monat kommt, dann ist meistens auch meine Info ein bisschen zu veraltet gefühlt. Deshalb mag ich es dann doch lieber, wenn ich das dann vielleicht in einem etwas anderen Rhythmus mache, in einem etwas häufiger auftretenderen Rhythmus nämlich. Auf jeden Fall möchte ich dann, ich glaube, am 12. sollte die Veranstaltung von Microsoft zum Beispiel sein. Ich muss noch mal, sorry, irgendwie plötzlich den Kratzen im Hals gehabt. Oh, also ich muss noch mal genau schauen, was zur Veranstaltung gekommen war. Ich weiß, am 9. ist irgendwas, am 12., also am Sonntag ist irgendwas aus unserer Sicht heraus. Und da muss ich mal schauen, ob ich dann direkt danach schon eine Podcast-Folge mache, um das zusammenzufassen. Oder ob da nicht vielleicht irgendwie eine Woche später noch was Interessantes sein könnte, damit ich das dann auch mit einbeziehen kann und nicht irgendwie zwei Podcast-Folgen auf einmal mache. Also das wäre dann ein bisschen zu viel. Mussten wir mal schauen. Aber auf jeden Fall, es wird eine quasi außerplanmäßige Folge geben, wo ich diese Events dann besprechen werde und mal wieder so meinen Eindruck schildere, was ich davon interessant war. Wie gesagt, da mache ich nicht immer alle Spiele, die dort vorkamen und die angekündigt wurden und sowas, sondern ich mache so ein bisschen meine Highlights. Vielleicht erwähne ich mal hier und wieder da Sachen, die vielleicht groß sind, die für viele Leute interessant werden und für mich aber nicht. Aber nur, damit ich es mal erwähnt habe, teilweise aber auch dann nicht, sondern ich konzentriere mich dann tatsächlich größtenteils, würde ich sagen, auf die Sachen, die mich interessieren. Okay, und da gab es auch ein Event diese Woche, am zweiten, nämlich die State of Play von Sony, quasi die hat das dann, ich weiß nicht, ob ich in diesem Fall quasi gesagt habe, streicht das mal. Die fand halt statt, die fand nicht nur quasi statt, die fand statt einfach. Und die ist die erste Seite, ich glaube Februar oder März oder sowas, die passieren ja alle zwei bis drei Monate, das heißt vielleicht kriegen wir ja noch eine gegen Ende des Sommers. Und in dieser State of Play, jetzt am Anfang Juni, wurde zuallererst gezeigt Resident Evil 4. Das startete interessanterweise damit, da haben die direkt mit der Präsentation angefangen und es wurde als allererstes das Datum gezeigt, ohne dass gezeigt wurde, was für ein Spiel da überhaupt vorkommt. Da konnte man so ein bisschen rätseln und dann hat man schon teilweise an der Schriftart erkannt und weil da irgendwie als erstes R kam und was, so, dann denkt man da, okay, Spiel rein mit R, Resident, okay. Okay, weit hergeholt, aber am Ende stellte sich das dann doch als wahr raus, lustigerweise. Und es sah einerseits sehr gruselig aus, gruseliger als das Original Resident Evil 4. Ich bin ja noch nicht so weit in der Reihe, ich bin ja deutlich, deutlich weiter hinten. Ich will noch den, das Remake von 2 und 3 spielen. Da überlege ich gerade, ob ich, ich habe eigentlich theoretisch bei mir auf Steam den vierten Teil, den Original vierten Teil, ob ich den spiele oder ob ich, wahrscheinlich werde ich den schon spielen und dann nochmal oben drauf Resident Evil 4 das Remake spielen. Und zu gucken, wie die so werden, denn von dem, was ich gesehen habe, weiß ich, dass Resident Evil 4 im Original, was auch 20 Jahre alt wäre, das wird ja jetzt nächstes Jahr erscheinen, 2023, aber nein, das kommt 2004, glaube ich, raus. Okay, dann ist es aber zumindest 19 Jahre alt. Und das Original Resident Evil 4 war schon ein Resident Evil, wo es dann nicht ganz Action-mäßig war, aber wo es schon deutlich vom Grusel wegging in Richtung Action. Und die Action hatte dann sehr, sehr viel Hektisches, sehr, sehr viel Panisches dabei, was ja auch Teil der, vom zweiten und dritten Resident Evil war, aber da war die Panik auch teilweise doch stark im Grusel verankert. Vor, ne, vor gruseligen Gegnern, vor diesen, ne, teilweise größeren Gegnern, äh, in Mr. X heißt der, glaube ich, im zweiten Teil, ne, diese übermächtigen Gegner, vor denen man Angst haben soll. Während es bei Resident Evil 4, glaube ich, da war, fühlt man sich schon von Anfang an ziemlich, relativ mächtig. Und Grusel war da nicht so der Fall. War auch teilweise in, äh, in den anderen Resident Evil, die ich ja schon gespielt habe, so, dass die anfangs gruselig waren, dann hat man aber später im Verlauf auch ein paar Granatenwerfer oder sonst was gefunden und dann war es nicht mehr so, dann war man nicht mehr so verletzlich wie vorher. Auf jeden Fall, es schien tonal gruseliger zu sein als Resident Evil 4. Kann so ein Trailer-Eindruck sein, war ja auch nur ein Teaser. Ähm, muss auch sagen, grafisch, fand ich, war das auch nicht so der Höhepunkt. Und das sah für mich sehr aus wie, ja, wie halt Resident Evil 2, äh, von 2019, ne, ist ja auch schon, wird dann auch schon drei Jahre alt sein, wenn das Resident Evil 4 rauskommt, wird es dann auch schon vier Jahre alt sein. Also ganz tiptop sieht das, also sieht immer noch voll gut aus, also würde ich nicht sagen. Wird dann hoffentlich auch gut laufen, performance-technisch, würde ich da auch mal erwarten. Und das ist für mich wichtiger. Aber wenn man so auch, ne, wenn man so der Grafik, der geile Grafik ist, dann merkt man schon, das ist nicht so ganz der, ne, die, 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 die Texturqualität, die reine, die Beleuchtungsqualität, Witzen und, äh, sonstige Scheiße. Da ist, äh, da fehlt es an teilweise Komplexität und Tiefe und sowas, so ein bisschen zumindest. Es ist nichts, aber Schlimmes und gleichzeitig würde auch einkündigt, dass Resident Evil 4 sowie das bereits erschienene, äh, im letzten Jahr erschienene Resident Evil Village nachträglich noch VR-Unterstützung bekommen werden. Also für die Playstation ist ja auch ein Sony-Event, die State of Play. Habe ich vielleicht am Anfang, äh, hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen. Ach, erstmal richtig hinsetzen, sorry. Aber ich glaube, ihr wisst, dass es, äh, State of Play, äh, Sony-Event ist, also... So, kurz Mikrofon neu richten. Ja. Auf jeden Fall, das, was zu Resident Evil fand ich, war nur ein Teaser, hat mir nicht so viel gegeben, äh, mit dem man arbeiten kann, so zum Interpretieren und sowas, aber das war alles in allem ganz okay. Okay. Danach kam etwas, was für mich persönlich jetzt nicht so viel ist, nämlich eine Sektion, wo es ausschließlich um VR, um Virtual Reality ging. Das wurde so ein bisschen eingeläutet schon durch diese Ankündigung von Resident Evil 4 und Village, äh, 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 als VR-Version. Und dann wurde es noch erweitert mit einigen anderen Spielen, unter anderem weiß ich, dass da ein Horizon, äh, äh, Spiel, heißt es... Also, Horizon Zero Dawn ist ja der erste Teil, die Reihe heißt aber nicht Horizon Zero Dawn, ich glaube, die Reihe heißt dann theoretisch einfach nur Horizon. Was blöd ist, das verwechselt man gerne mal mit Forza Horizon. Auf jeden Fall ein Spiel, ein VR-Spiel zu der PlayStation-Horizon-Reihe mit, ne, wie heißt die eigentlich nochmal? Die, äh, rothaarige, ne, die, ihr wisst, was ich glaube ich meine. Gott, ich hab das Spiel auch ja auch gespielt, so ein paar Stunden, den ersten Teil, und trotzdem fällt es mir nicht ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber auf jeden Fall das Spiel, ähm, kriegt eine VR-Version, war auch schon länger bekannt. Auch ein paar andere Sachen, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, weil VR ist halt nichts für mich, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube für viele, vielleicht wird's auch für viele von euch interessant sein, weil unter anderem VR-Dinger, diese Brillen, einfach teuer sind. VR-Brillen kosten teilweise so viel, wie Konsolen, und die kosten ja auch schon 4,5 Euro. Es gibt auch VR-Brillen, die mehr kosten, die teilweise auch, ups, ich merk grad, ich hab einen Wackelkontakt. Ich behebe das mal eben, wartet kurz. So, scheint wieder normal zu sein. Sorry, ähm, ich hatte irgendwie einen Wackelkontakt aufgebaut, leider. Ähm, da brummt es so irgendwie komisch im Mikrofon. Also, es kommt so ein Brummgeräusch, wollte ich natürlich nicht für euch. Ähm, auf jeden Fall, VR ist halt nichts für mich, es ist zu teuer. Wahrscheinlich wird's euch auch so gehen, dass ihr sagt, na gut, 800.000 Euro Dinger, ey. Das sind zwei Playstations, sofern man denn eine bekommen könnte. Ähm, und ich finde auch so, von dem, was ich gesehen hab, die VR-Spiele, die scheinen auch so von ihrer Komplexität her, einfach so ein bisschen, ja, unterkomplex zu sein, was so den Inhalt angeht. Ähm, einerseits dadurch, dass man bei VR so ein bisschen ein Problem hat, dass Leute, natürlich, dadurch, dass die so nah dran sind, einfach, ne, das VR-Ding ist ja, dass man reingeworfen wird, dass man quasi das selbst erlebt, dass man sich so fühlt, als ob man drin ist, weil das direkt vor den Augen passiert. Gleichzeitig gibt's aber auch Leute, sehr, sehr viele Leute, die nicht dran gewöhnt sind, die dadurch motion sick werden, wie es so schön heißt, ähm, also denen dadurch einfach schlecht wird. Und das ist ein sehr großer Teil, deshalb, VR hat schon das Problem gehabt, dass es einfach das so ein bisschen aktuell ein Luxus-Ding ist, innerhalb des Gamings. Ähm, und das ist dann halt schon scheiße. Deshalb interessiert es mich auch, ehrlich gesagt, nicht so sehr. Und die Spiele scheinen auch einfach irgendwie nicht so viel möglich zu sein, da kann man nicht sich so frei rumbewegen und sowas, da muss man irgendwie an die Gegebenheiten, dass man da stationär quasi an so eine Brille gefesselt ist, dass man sich nicht bewegen darf, sonst knallt man irgendwie gegen dutzende Tischkanten oder stolpert über Kabel oder sowas, ähm, außer wenn man sitzt, aber wenn man sitzen bleibt, dann ist das nicht so groß anders wie von einem Nicht-VR-Spiel, also das Spielerlebnis, außer dass man halt mittendrin ist. Also, ja, ich weiß nicht. Weiß es einfach nicht. Ja, aber genau, dieser VR-Teil, wie gesagt, es ist halt einfach nichts für mich und dementsprechend kann ich darüber leider nicht hier in diesem, äh, Format dementsprechend drüber sprechen. Äh, da müsst ihr dann leider meiner, meinem Geschmack so ein bisschen folgtun. Ja, danach, ähm, etwas, was ich allgemein nicht erwähnen würde, ähm, Spider-Man, das Spiel von der PS4 von 2018, kommt jetzt anscheinend auf den PC. Das erwähne ich deshalb, weil ich, ich kann dazu was sagen, ich, ich hab's ja selbst gespielt, ich bin nicht so der allergrößte Fan davon, ich bin so ein bisschen, ich glaub, teilweise, die haben das 2018 als einer ihrer Top-Spiele, äh, ihren Top-Titeln gehabt, im Jahr, wo God of War oder Red Dead Redemption 2 rauskam, also, die waren für mich nicht nur drüber, sondern einfach deutlich drüber und haben so ein bisschen mit dem Spiel, weil ja auch beide so ein bisschen Open, wobei, nee, God of War ist nicht nur ein bisschen Open-World, beide Spiele sind voll Open-World und ja, mit den beiden, mein, gefühlt vom Design her, äh, aber auch von der emotionalen Story her, beide den Boden mit aufgewischt. Aber es war halt schön zum Rumschwingen und zum Rumklettern und sowas, also, das Schwingen hat mir am meisten Spaß gemacht, äh, wie ich so schön immer sage, äh, falls jemand in die Podcast-Folge, äh, davon, äh, von Spider-Man reinhören möchte, hab ich ja irgendwie erst letztens gehabt, oder? Oder vorletztens irgendwie, weil ich die PS5-Version ein bisschen gespielt hab und die DLCs dann nachgeholt habe, äh, die nicht so lange gehen. Ähm, ja, genau, das kommt für WC, äh, angekündigt wurde erstmal so, äh, da hat, äh, haben die, hat diese Erzählerstimme gesagt, and now, äh, much beloved PS4 game is coming to PC oder sowas in der Art. Ein, mal, ein sehr, sehr populäres PS4 oder PS5-Spiel, ich weiß nicht, was genau gesagt wurde, kommen die jetzt auf den PC und die hat so, Bloodborne, 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 äh, und dann am Ende war es nicht Bloodborne. Ähm, ich war da ja so sehnlich drauf, aber ja, hm, das war nicht Bloodborne. Das, hä, das ist so arschig, die Leute wissen doch, also, die wissen doch, dass dieses Bedürfnis nach Bloodborne auf dem PC dort ist und da könnt ihr nicht Ankündigung machen von wegen, ah ja, ein Spiel kommt jetzt für den PC, was es sein wird, eine Sekunde später, es ist Spider-Man. Was, du dachtest, der Bloodborne? Ja, deshalb, also, das ist für mich so ein bisschen, äh, Stimmungskiller in dem Moment gewesen, auch wenn Spider-Man an sich, ne, ist natürlich schön, kommt, glaub ich, irgendwie am Ende des Jahres für die, äh, für die, äh, für den PC, oder nee, nicht Ende, irgendwie August oder September, ich hab's mir leider nicht aufgeschrieben. Danach ein kleiner Indie-Titel, äh, nämlich Stray, wo man eine, eine Plattform, also ein Jump'n'Run, wie wir hier im Deutschen so schön sagen, ein Hüpf-, Hin- und Her-Hüpfspiel mit einer Katze. In der Hauptrolle einer, ne, nicht so einer, einem animierten Zeichentrickkatze, oder einer, ne, so, mit einem sehr, sehr sonderbaren Art-Style, äh, dargestellten Katze, sondern eine sehr, sehr realistisch aussehende Katze. Und nebenbei, möchte ich sagen, eine sehr, sehr süße Katze, äh, die in einer, äh, futuristischen Dystopie so ein bisschen durch die Gassen streift, äh, wie so eine streuende Katze, mit sehr, sehr viel Atmosphäre, aber aus einer, ich hab mich jetzt auch nicht so krass, äh, weiter drüber informiert, äh, aber aus einer, ohne wirklich, äh, zu wissen, was so das Spielziel ist. Sie streint einfach so, durch die Gassen zu gehen, die Dystopie so mitzuerleben aus dieser, was auch so schön ist, dass die Kamera natürlich in der, auf Höhe der Katze ist, ne, so, keine Ahnung, wie hoch sind Katzen? 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, 40 Zentimeter, nur so ungefähr irgendwo in dem, äh, Ballpark, äh, so aus der Kamerahöhe alles zu erleben und, äh, was da so alles passiert. Diese Düsterheit und sowas, das ist schon irgendwie cool. Allein deswegen, da muss ich gar nicht erklären, was genau in dieser Welt vor sie geht. Allein zu sehen, wie sich die Katze da durchläuft, durch diese Welt, hat mich irgendwie schon interessant gemacht. Ist egal, ob die dann irgendwie durch die Gegenplattform, ob die irgendwie an irgendwelchen Häuserwänden lang kraxelt und das ist dann meine, das ist dann mein Gameplay, ob die einfach nur rumläuft und die Story aufnimmt, dass es so ein Narrative-Game ist. Ey, ist mir alles recht, das sah einfach irgendwie cool aus. Das hat mich angefixt. Ich nehme auch an, dass es kein 60-Euro-Spiel am Ende sein wird, sondern eher, du sagst, vielleicht 30 Euro wäre, finde ich, gut. 20 Euro wäre sehr, sehr schön, aber ich werde jetzt nicht davon ausgehen. Vielleicht 40, aber auch nicht mehr. Wobei, ah Gott, ich sollte es eigentlich mal nachgucken. Ich hätte es vorher nachgucken sollen. Ähm, kam mir irgendwie nicht der Gedanke. Stray. Ich gehe mal auf Steam. Oh, 24,29. Oh, das ist, das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist niedriger, als ich erwartet hätte. Und das kommt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wo habe ich es denn? In der Web-Datei, genau. Kommt am 19.07. Also, einen Monat, eineinhalb Monate quasi. Cool, ne? Ey, Alter. Moment. Steam nochmal aufmachen. So, hier, Wunschliste. Da habe ich Bock drauf. Ich kann auch hier kurz noch mal den Trailer mir anschauen. Ups. Äh, äh, äh. Fuck, ich habe den Ton auch für die Boxen gemacht. Das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Genau, aber man streift so durch die Gegend halt mit diesem schönen Kätzchen. Also, es scheint auf jeden Fall Platforming mit einzubehalten, weil ich mir das nochmal so anziehe. Das ist natürlich ein bisschen länger her. Ja, ich sehe auch, wie hier so schön, wie so, so, paar Wäsche stehen. Eigentlich bräuchte es so eine, eigentlich bräuchte es so eine Taste, eine digitizierte Taste, damit die Katze einfach, wie so eine normale Katze, einfach nervig irgendwelche Sachen kaputt macht. Irgendwie einfach irgendwie so eine Glasflasche, die irgendwie an der Kante steht, einfach runterwirft, wie es so für Katzen typisch ist. Dieses Feature braucht es. Die Katze läuft auch mit irgendeinem elektronischen Gerät auf dem Rücken drum, das mit allem kommuniziert und sowas. Das fällt mir auch erst jetzt beim zweiten Mal anschauen erst so richtig, äh, auf. Ähm, also ja, das ist irgendwie, das baut eine schöne, interessante Welt auf. Äh, und das, das packt, also vielleicht können das nicht alle nachvollziehen, aber für mich ist das immer schon mehr als genug. Ich muss dann, Gameplay ist mir tatsächlich dann interessanterweise sekundär, weil ich viele Arten von Videospielen, äh, gerne mag. Bis auf vielleicht ein oder zwei, eins davon kommt, äh, gleich noch später in der Show. Ähm, mag ich eigentlich viele Arten von Videospielen, Strategie, Shooter, sonst was. Also deshalb, für mich sieht es interessant aus, ähm, aber ich kann natürlich nicht sagen, was es genau ist. Das ist natürlich aus, äh, in der Hinsicht ein Problem, dass ich hier keine Beratung geben kann. Kann ich sowieso nicht, weil ich es nicht gespielt habe. Äh, kommt ja noch raus. Dann wurde gezeigt, Callisto Protocol, ein Horrorspiel, das so aussieht wie Dead Space, wenn man sich so die Trailer anschaut, und, ähm, wenn man auch genau hinterfragt, sagen die Entwickler von dem Studio, wo auch, glaube ich, ehemalige Dead Space Entwickler dabei sind, ganz klar und ganz schlumpf, ja, das ist schon irgendwo unser Dead Space, kann man so sagen. Und das ist so in der Hinsicht auch interessant, weil ja zum ersten Dead Space, was ja irgendwie, wann kam das raus? 2008, 2009? Ähm, dazu soll ja ein Remake kommen. Das heißt, es gibt diese, äh, beiden Spiele, die sehr, sehr ähnlich sind, die sich jetzt, äh, in Bälle konkurrieren werden. bei Dead Space weiß ich nicht den Release, aber zu Callisto Protocol wurde direkt ein Released-Ape mitgeliefert, nämlich der zweite, zwölfte, also der zweite Dezember, diesen Jahres, ne, komm, also schon sehr bald. Mehr habe ich auch dazu nicht zu sagen, also es ist, scheint cool, es sieht auf jeden Fall cool aus. Ähm, behalte ich erstmal so im Hinterkopf, äh, es gibt andere Spiele, die mir aktuell irgendwie so höher auf, bei mir auf der, auf dem Pile of Shame liegen, für dieses Jahr. Also, die schon erschienen sind, aber auch ein paar noch, die erscheinen werden. Ähm, nicht hoch bei mir im Ansehen ist Street Fighter 6, das ist mir egal, kann ich sagen, das ist so, da kommt halt diese Komponente von meinem persönlichen Geschmack hin, falls ich irgendwie so ein Videospielredakteur wäre, dann würde ich mir, dann würde ich natürlich vollständig, ich habe alles erwähnen und dann sagen, das Spiel wurde angezeigt, das Spiel wurde gezeigt, das Spiel wurde gezeigt, das ist so die Fanreaktion oder so. Also, ich habe nur sehr begrenzt diese aufklärerische, ähm, dieses aufklärerische Ziel, was so ein Redakteur hätte, beziehungsweise ein Videospieljournalist, sondern ich bin eher so einer, der es auf Entertainment geht und ich bediene da so, bis auf so ein bisschen, also ein bisschen allgemeinen Geschmack versuche ich mit einzubeziehen, aber ich, vorwiegend, mache ich mir nichts vor, bin ich eine subjektive, äh, habe ich, vertrete ich meine subjektive Meinung und meine subjektive Meinung ist, dass Beat'em Ups scheiße sind, also ich mag Beat'em Ups überhaupt gar nicht, die Fight'em, äh, die Spiele, die Kämpfe mit innen behalten, die ich so mit am meisten mag, sind sowas wie die alten Dragon Ball Spiele, also Spiele, die schon Fighting mit innen behalten, vielleicht kann man einige von denen kann man irgendwie so runtergebrochene Beat'em Ups, äh, nennen, die so sehr, sehr unterkomplex sind, vielleicht so zu diesen klassischen Street Fighters und Tekken und sonst was, ähm, aber die mag ich dann mehr, Tekken und so was und Street Fighter, das ist, ich mag dieses Spiel einfach irgendwie gar nicht, die bieten mir einfach nicht genug, äh, ich hab keinen Bock diese ganzen Fighting, äh, diese Kampfkombinationen auswendig zu lernen und dann am Ende irgendwie zu Tode gespamt zu werden mit irgendwie einem komischen V-Schlag irgendwie, aus dem ich nicht rauskomme, also, keine Ahnung, ist irgendwie mir egal, kann ich nur sagen, aber, ne, ich hab immer mitbekommen, dass es anscheinend ein Open-World-Spiel sein wird, vielleicht wird natürlich interessant zu sehen zu sein, wie, inwiefern dann, äh, um dieses Open-World-Design ein, äh, Fighting-Game, äh, rumstrukturiert wird, ich hab gehört von Fighting-Games, da ist die Story eigentlich ziemlich egal immer gewesen, bis auf vielleicht Tekken, die hat, das hat immer so ein paar freakige Stories gehabt von dem, was ich eben mitbekommen hab, äh, ansonsten ist es eher so ein Mittel zum Zweck und eigentlich will man hauptsächlich ein bisschen gute Klopperei haben, äh, und ausgereifte Kampfsysteme und so was und gebalancete Fighter, nicht, dass einer irgendwie so überstark ist und so was, also, keine Ahnung, ist mir egal, sorry, ist mir egal, ich kann es nicht anders sagen, ich mag diese Spiele nicht, die sind mir scheißegal, ähm, deshalb tut mir leid, ähm, interessant sah auch wieder aus, ist wieder so eins dieser scheiß-Indie-Spiele, äh, äh, Letter to the Future, das hat so einen schönen, ausgewaschenen, leicht pastellfarbenen Look, äh, der mich direkt mit einbezogen hat, ich weiß noch nicht mal, worum es genau geht, ähm, aber die Umgebung sah so schön aus und so, das hat irgendwie so etwas, wie oft gefühlt, etwas sehr Melancholisches und so, keine Ahnung, das zieht mich rein, ich bin da ein Sucker für, der Inhalt ist mir dann am Ende erstmal, aber ich wäre natürlich, äh, da bin ich vorsichtig gespannt drauf, ich glaube, da kam kein Release-Datum, ich hab mir nur aufgeschrieben, Indie-Spiel mit coolem Stil, mehr hab ich mir nicht notiert, also, ne, das sah cool aus, würde ich dir auf jeden Fall, empfehlen, falls ich irgendwie Indie-Spiele hier mal bespreche, schaut euch mal schnell den Trailer an, da, ich finde, davon zieht man, da zieht man immer viel von, bei Indie-Spielen, und zu guter Letzt, Final Fantasy XVI, äh, wurde endlich mal gezeigt, es war lange, lange Zeit, glaube ich, ne, äh, also weiß ich, dass es da eine Zeit, äh, Funkstille gab, hauptsächlich durch Corona bedingt, ähm, ich glaube, es kam noch 2020, kamen da noch ein paar Sachen, auch nachdem Corona schon angebrochen war, aber das war halt noch vieles, was vor Corona so entwickelt wurde, und Corona hat das Ganze so ein bisschen aufgehalten, haben die auch, glaube ich, vor einiger Zeit, das Entwicklerstüller, das irgendwie in so einem Tweet oder so, äh, schon mal erklärt, dass sie so ein bisschen Probleme hatten, äh, durch Corona und, äh, deshalb, das Ganze so ein bisschen, äh, dass es eine lange Zeit Funkstille war, aber es wurde schon gesagt, ey, Leute, im Sommer, und ist ja jetzt Anfang Sommer, kann man sagen, da kommt mal wieder was, und es kam was, äh, zu Final Fantasy, es sah grafisch, das ist immer so das Erste, was man so natürlich feststellen kann, sah es echt schick aus, würde ich behaupten, ähm, ich finde, ich hab's auch schon mehr, irgendwann, vor langer Zeit erwähnt, als irgendwie Final Fantasy 16 irgendwo mal gezeigt wurde, bei irgendeiner Präsentation, ähm, ich find's schön, dass sie hier mal weggehen von dem Future-Setting, also es ist ja Fantasy, in jedem Fall, aber es ist in dem Fall, die anderen waren ja immer so Sci-Fi-Fantasy, ähm, also Science-Fiction, aber mit so ein paar Fantasy-Elementen, mit Magie, auch teilweise hier und da mal, äh, und hier geht's mal wieder in andere Settings, nämlich ins klassische Mittelalter, ähm, wo die, äh, wo die Final Fantasy-Spiele eigentlich ein bisschen sich da von den anderen RPGs und JPG-RPGs so ein bisschen abgrenzt haben, die ja auch oftmals in so eine Art von Mittelalter-ähnlichem Setting spielen, äh, und da kehrt dann Final Fantasy mal wieder zurück, ich bin ja kein Final Fantasy-Experte, also ich hab kein einziges gespielt, ich bin nur mit Final Fantasy 7 flüchtig vertraut, weil das halt so ein, so ein Meilstein war, aber von denen, die ich kenne, die schienen mir, ich glaub Final Fantasy 9, da kann ich mir erinnern, das war irgendwie mittelalterlich, mit aber auch ein paar futuristischen Einschlägen, glaub ich sogar damals schon, sorry, also das war ganz cool, ein actionreiches Kampfsystem, die machen ja schon länger nicht mehr dieses alte klassische JRPG-Rundenkampfsystem, was ich ein bisschen schade finde, wobei ich glaub schon bei Final Fantasy 7 Remake hatten die es so irgendwie so gemacht, dass man schon so ein bisschen eine alternative Kampfsystemoption hat, dass man auch schon so ein bisschen nicht ganz ein Rundenstrategiespiel hat, aber so leichtes Menübedienung statt aktives Mitkämpfen und das, ja, jetzt kommt der negative Teil, das wurde jetzt zwar gezeigt, aber es ist dennoch weit, weit entfernt, es soll erst Sommer 2023 kommen, frühestens wahrscheinlich, ne, also früher würde ich es nicht erwarten, wahrscheinlich sollte man es sogar später erwarten und das ist schon seit, ich glaub, 2020 bekannter Spiel, also es ist auch schon ein Spiel, was sich so ein bisschen wegträgt, also da erwartet man jetzt mittlerweile schon länger drauf und wird man auch noch länger warten müssen, was schade ist für die Leute, die sich heiß darauf ersehen, ich bin keiner unbedingt davon, deshalb, aber ich hab, ich find's, ich hab dennoch ein paar, ein, 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 ein distanziertes Interesse an dieser, an diesem Spiel und allgemein dieser Reihe, ich hätte, mich hätte ehrlich gesagt eher interessiert, was jetzt mit Final Fantasy 7 los ist, weil Fantasy, Fantasy 7 Remake erzählt eigentlich die ganze Final Fantasy 7 Geschichte und man, es wurde schon klar gesagt, okay, man erzählt das Original Final Fantasy 7 in mehreren Spielen mittlerweile und, äh, das, was 2019 oder 20, ich glaube 20, erschienen ist, ist dann quasi erst der erste Teil und da fragt sich natürlich, stellt sich natürlich die Frage, okay, wann kommt jetzt mal der zweite Teil? Das sind mittlerweile schon zwei Jahre und, äh, Gott, ey, das ist, ist das nicht ein bisschen zu lange? Wird das so ein Unendlich-Projekt, werden wir dann, und vor allem, die werden nicht nur einen zweiten Teil machen, ich, ich kenne so vage, wie lange Final Fantasy 7 ist und ich habe schon gehört, ähm, dass Final Fantasy 7, das Remake, nur ein Fünftel oder so oder ein Viertel der Original-Story beinhaltet, also es kommt mindestens noch ein dritter Teil, falls Sie den dann mit mehr Inhalten führen, wird es der letzte Teil sein, vielleicht auch noch ein vierter oder so, also, ah, da, äh, wann soll das kommen? Wird das dann erst 2027 kommen? Denn sieben Jahre nach dem ersten Teil dieser, also, Gott, ey, das ist doch, das ist doch Quatsch, das ist doch Bullshit, also, ach, da, 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 da verlaufen sich, glaube ich, so ein bisschen mit, ähm, aber gut, mal schauen, vielleicht kommt ja dieses Jahr noch was zu, äh, dem zweiten Final Fantasy, sie ist auch so bescheuert, Final Fantasy 7 Teil 2 wird es dann geben, ähm, aber ja, gut, ja, von, das war auch die State of Play, äh, von den Sachen, die gezeigt wurden, oh Gott, ich hab wieder den Föckekontakt, oh Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen, oh Scheiße, Scheint weg zu sein, gut, jöt, 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 also, ich bin ehrlich, ähm, das war, da, das war jetzt nicht so das Spiel, so, für mich persönlich kein so krasser Rauswerfer, ähm, aber für andere war es natürlich, äh, ist natürlich sehr interessant, für mich war das Größte von dieser State of Play, die ging auch nur 30 Minuten, ich glaub, die ging nicht mal 30 Minuten, ich glaub, die ging irgendwie 28, 29 Minuten, äh, war für mich tatsächlich auch schon der Anfang mit Resident Evil 4, dann auch noch, äh, zum Teil das, äh, dieses Indie-Spiel Stray und die anderen Sachen sind so, so, eher so ein, äh, geringes, von geringem Interesse für mich, äh, womit ist das dann auch schon wahr mit der State of Play, also alles in allem aber, alles in allem aber ganz okay, würde ich sagen, kein Event, was jetzt die Bäume ausgerissen hat, kannst du, wovon ich jetzt meinen Kindern irgendwie, also, würde ich sowieso nicht meinen Kindern berechnen irgendwann in der Zukunft, aber, äh, dennoch kein großartig herausragendes Event gewesen, aber auch kein großartig schlechtes, ist halt eben so das Ding bei der State of Place, im Vergleich zu den klassischen Events von Sony, die immer so ein, bis zwei Stunden gingen und die auch nur einmal im Jahr, äh, kamen, nämlich zur E3-Zeit im Sommer, äh, da kommt natürlich bei so einer 20, 30 Minuten Veranstaltung nicht so viel und da muss man sich so ein bisschen, ja, das sind so kleine Häppchen, die man da bekommt, statt dieses große, zusammengeballte Ding, ein bisschen schade, ein bisschen weine ich dem Ganzen hinterher, aber, ja, muss sagen, ist auch irgendwo ein bisschen praktischer und sowas, da hat, da haben diese kleinen Spiele ein bisschen mehr Raum einfach, und wer nicht geschluckt von diesen zwei bis drei großen Spielen, die, äh, pro Event gezeigt werden, äh, sondern da gäbe es einfach nur ein großes Spiel pro Event und das ist ein bisschen kleiner, äh, für gewöhnlich und deshalb bekamen die kleineren Spiele immer so ein bisschen mehr Platz und das finde ich gut, das finde ich sogar sehr gut, also, ich möchte mich nicht so wirklich beschweren, gut, ich nehme, ich trinke einen kleinen Schluck und bin dann sofort wieder da mit Gran Turismo 7, ach Gott, wir fangen jetzt an zu duschen, oh Mann, ihr müsst wissen, ich bin mit meinem Zimmer direkt neben dem Badezimmer und die, der Heizkörper von der Dusche verläuft irgendwie innerhalb der Wand zwischen meinem Zimmer und dem Badezimmer, deshalb höre ich immer, wenn irgendjemand das Bad benutzt, äh, was echt unfassbar nervig ist, äh, ich hoffe, man hört nicht dieses Geräusch, es ist ein bisschen im Hintergrund, aber, ja, es ist trotzdem ein bisschen störst, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, ich wohne ja auch schon seit irgendwie 6, 7 Jahren, 7 Jahren, doch 7 Jahren, man merkt, das fällt einem nicht so auf, aber es nervig immer, so ein bisschen, wenn ich was draufnehme, weil ich nie weiß, okay, hört man das so richtig in der Aufnahme, ich glaube, ist es nicht so der Fall, aber ich bin mir nicht sicher, nie so wirklich, ähm, auf jeden Fall, das war es mit der, der Veranstaltung und ich gehe jetzt, wie gesagt, über zu Grand Tourismus Museum, was ich irgendwann, eigentlich schon beim letzten Mal erwähnen wollte, aber da ging es ja nur um, da wollte ich ein bisschen das kürzer halten und da habe ich nur über WWE 2K22 geredet und jetzt mache ich mal Grand Tourism 7, das habe ich eigentlich aber auch schon im April angefangen zu spielen, das heißt, es hätte auch schon beim letzten Mal vorkommen können, obwohl ich es da natürlich noch nicht so ganz viel gespielt habe, mittlerweile habe ich das deutlich, deutlich mehr gespielt, und kann es da einen besseren, einen vollständigeren Eindruck geben und ja, es ist so mit mein erstes richtiges Grand Tourismo, äh, ich habe ja zuvor, vor einiger Zeit auch im Podcast gesprochen, äh, Grand Tourismo Sport für mich entdeckt, nachdem ich lange Zeit gezögert habe, habe ich dazu ein bisschen Gameplay gesehen und mich dann doch zu bewegt, das zu spielen, denn Grand Tourismo Sport war ja kein, kein klassisches Grand Tourismo, kein wirkliches Single-Pair-Spiel, was auch hier und da mal Multiplayer hat, äh, was größtenteils Single-Pair-Spiel ist, mit so diesen Fahrlizenzen, was mit so der Motorsport-Kultur, äh, sich so krass beschäftigt, äh, sondern einfach, sehr sich auf diesen, fast gar kein Single-Player-Content hat, sondern wirklich exklusiv ein Multiplayer-Spiel ist, und dennoch, es hat mich unfassbar krass beschäftigt, so ab, ich glaube, Oktober, naja, so erstes August, September, Oktober letzten Jahres und bis zum Jahresende hin, ich habe da, glaube ich, zwei, paar, ein paar hundert Stunden sogar versenkt, ich würde sogar, also ich würde sagen, ungefähr 200 mindestens, äh, viel mehr weiß ich, wie viel mehr weiß ich jetzt nicht, aber das kann ich, würde ich schon, äh, selbstlos auf den Tisch legen, ähm, das hat mir echt gut gefallen, und deshalb war ich gefreut, erfreut dann als einer, der eigentlich eher das Single-Player-Spiel ist, und deshalb so lange gezögert hat, Gran Turismo Sport eine Chance zu geben, dann endlich mal ein Single-Player, ein richtiges Gran Turismo zu bekommen, und das kam im, ich glaube Februar, oder März, ich glaube Anfang März war es, ähm, dann endlich heraus, und es stand mal wieder der Single-Player, mehr im Vorweitergrund, wobei der Multiplayer eigentlich genauso, so wie in Gran Turismo Sport mit drin ist, nämlich mit diesem Call of, äh, nicht Call of Duty, wie heißt das Spiel, äh, Counter-Strike-Artik-Ranking-System, dass man mit Spielern gematcht wird, die so ein bisschen eine ähnliche Fahrerwertung haben, und je nachdem, wie man in den Rennen abschneidet, besser oder schlechter, fährt man den, dem Fahrer fällt irgendwie vorne weg, oder fährt man irgendwie, äh, Minuten hinter denen der, wird man dann neu gerankt, um dann, ähm, ein Pass, um mit passeren, passen, oh Gott, passenderen Spielern gematcht zu werden, die eher dem eigenen, äh, Skill-Level, ja, äh, dem Skill-Level naheliegen, äh, und das ist, äh, das fand ich schon cool, ähm, und das hat eben die standardmäßigen Gran Turismo Inhalte, äh, Gran Turismo hat ja immer, war immer so ausgebaut, dass es immer so eine Art von Menü gab, so einem Hauptmenü, was so immer sehr, ich will sagen hässlich von dem, was ich gesehen habe, außer was so, bis in so ein PC, Menü, äh, emulieren soll, aber nie so gut ist, und sehr, sehr rustikal, und auch unübersichtlich teilweise, wo man dann die einzelnen, ähm, Inhalte des Spiels ansteuert, zum Beispiel das, dieses, äh, License Center, wo man die Lizenzen erwerben kann, um dann in unterschiedlichen Fahrkategorien erst, mitfahren zu können, wieder mal fünf Kategorien, A10 Prüfungen, die man mindestens mit Bronze, aber auch, äh, äh, mit Optionen mit Silber und Gold abschließen kann, und dann, wenn man alles mit Bronze, beziehungsweise, wenn man alles mit Silber, Gold abgeschlossen hat, kriegt man da sogar dann dafür, äh, Fahrzeug, was sehr cool ist, und, ja, das hat dann auch teilweise, nicht unbedingt am Ende, aber hier und wieder da mal, zum Beispiel die, die zehnte von, äh, und letzte jeder Kategorie, äh, die zehnte Prüfung jeder Kategorie, die letzte Prüfung jeder Kategorie, äh, äh, würde ich damit sagen, ist auch hier und da teilweise sogar schon echt ein bisschen challenging, äh, gewesen, also das ist auch schon eine schöne Herausforderung, äh, und wie gesagt, man kriegt auch einen Reward, Reward für, äh, alle Kategorien, wie gesagt, das gibt fünf, falls man alles mit Bronze abschließt, kriegt man ein Auto, das heißt, in dem Fall jeweils fünf Wagen, und alles auf Gold nochmal fünf weitere Wagen, also zehn Wagen, kriegt man dafür, und die sind auch schon teilweise ordentliche Wagen, die, äh, man gut gebrauchen könnte für einige andere Inhalte des Spiels, nämlich zum Beispiel im Café, was so ein bisschen der Hauptfaden ist, also das ist nicht die Story, aber das ist so ein bisschen der Hauptprogressionsfaden des Spiels, ähm, wenn man so will, denn von hier aus steuert man sogenannte Menüs an, die Menüs bestehen immer aus drei Items, meistens aus drei Fahrzeugen, die man sich beschaffen soll, äh, es gibt auch einen Menüpunkt, der ist, der heißt Brand Central, und auch der Gebrauchtwagenhändler, in beiden kann man im Bank, ähm, kann man, wie man sich vielleicht denken kann, Autos kaufen, weil Gebrauchtwagenhändler dann dementsprechend, äh, runtergesetzt, wobei da eine bestimmte Auswahl an Fahrzeugen ist, die, ich glaube, jeden Tag oder jede Woche oder sowas wechselt, äh, weil man bei der Brand Central eigentlich Zugriff zu, Zugriff zu fast allen Autos hat, das ist aber auch noch ein anderes, anderes Ding, nämlich das, äh, den Händler für legendäre Fahrzeuge, äh, wo irgendwie Fahrzeuge, die irgendwie zwei, drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Millionen Credits kosten, für die man ordentlich fahren muss, ähm, hin kann, aber diese, das ist dann eher weniger wichtig, äh, wichtiger ist, ist der Gebrauchtwagenhändler und die Brand Central und dort kann man in theoretischen Sicht diese Fahrzeuge kaufen, die die einzelnen Menüpunkte darstellen, die haben auch immer so eine gewisse thematische Verbindung, hier hast du dann mal deine drei Coupés, deine drei französischen Autos aus den 60ern oder sowas, deine drei 70er Jahre Muscle Cars aus den USA oder sowas, also da muss man sich irgendwie immer drei Fahrzeuge, meistens drei Fahrzeuge beschaffen, die, äh, so einen thematischen Zusammenhang haben, äh, die muss man sich aber nicht nur kaufen, vor allem hat man gerade am Anfang nicht das Geld, die sich natürlich zu kaufen, sondern man hat auch am Anfang nur irgendwie ein Auto, was man sich aussuchen kann, äh, stattdessen hat man so eine Art von, äh, hat man das World, das World Circuit Menü, wobei ich, will ich dazu noch mehr sagen, ja komm, ich spring mal dazu, äh, hat man da den World Circuit da, das steuert man an und hat dann die Auswahl zwischen den amerikanischen Staaten, also nicht den USA, sondern Nord- und Südamerika, Europa und dem asiatischen Bereich, so als drei grobe, ähm, regionale Kategorien, Afrika nicht dabei oder die H-Aktis oder sowas, ähm, und dort hat man dann verschiedene Strecken, die man, ja, mit fortlaufendem Fortschritt, ähm, wo man immer mehr freischaltet, wenn man mehr und mehr, Menü-Bucheinträge abschließt, ähm, und dort gibt es dann bestimmte Rennen, die werden, wenn man dann ein Menübuch aktiviert, werden die dann beim World Circuit immer gelistert, dann sieht man dann, okay, hier bei der Strecke, hier kannst du, du musst den Wagen, den du hier nicht brauchst, irgendwie, keine Ahnung, den Mustang für deine 70er Jahre, Master Car, Cap Collection, den musst du dir nicht kaufen, sondern du kannst ihn hier gewinnen, ähm, indem du hier teilnimmst, äh, dann braucht man auch teilweise, haben die, äh, Rennen dann bestimmte Restriktionen, die man erfüllen muss, ähm, um teilzunehmen, ähm, und wenn man die zusammen gewinnt, dann kriegt man dann teilweise diese Wagen, natürlich braucht man aber auch vorher dann irgendwie ein Fahrzeugteil, wo muss man sich dann auch, obwohl man die Fahrzeuge dann freischauen muss, eines der drei Fahrzeuge zumindest kaufen, den man eins hat, um teilzunehmen, und die anderen beiden freizuschalten, äh, und, das muss aber nicht unbedingt eine Restriktion sein, sondern es kann auch teilweise sein, dass nach dem, nach der PP, der Power, äh, wie heißt das, was, bin ich PowerPoint, fuck, aber, äh, nach dem Power-System, äh, nach dem Ranking-System des Spiels, wo, ne, Fahrzeug irgendwie eine bestimmte Art von Leistungswert, äh, ähm, gegeben wird, je nach, äh, den, deren technischen Spezifikation, eine Top-Speed, Beschleunigung, Handling, sowas, weiß ich was, ähm, und da muss man dann teilweise bestimmte Werte erreichen, oder bestimmte Werte nicht überschreiten, ähm, meistens ist es so, dass man bestimmte Werte nicht überschreiten darf, wenn es keine Restriktion, äh, direkt Restriktion gibt, wird zumindest immer angezeigt, okay, hier gibt es zwar keine Restriktion, aber es, wir werden empfehlen, dass du irgendwie einen Wagen mit der PP-Wertung 450 oder so hast, das ist irgendwie für das, äh, äh, Event angemessen, wenn du irgendwie 50 Punkte drüber liegst oder so, dann ist das vielleicht ein bisschen zu einfach, 50 Punkte drunter ist wahrscheinlich ein bisschen zu schwer, vielleicht ist so ein bisschen im Zwischenraum so eine Möglichkeit, um der, um sich das einem künstlich leichter oder schwerer zu machen, aber das ist immer so ein bisschen eine Messung auch teilweise, und wie gesagt, auch teilweise eine Restriktion, teilweise braucht man auch Wagen aus bestimmten Regionen, oder die bestimmte andere Qualifikationen führen, äh, die für dieses Renn-Event wichtig sind, äh, weil es irgendwie im, nicht über auf der, auf einem Asphalt stattfindet, sondern über, über einer, äh, über so einer Dirt-Piste und sowas, äh, wo ich dann auch schon direkt zum nächsten Punkt kommen kann, nämlich, dass es einen Tuning-Shop gibt, wo es einerseits optische Customization gibt, die ist immer, wie immer, ganz gut, aber die benutze ich halt nicht, es gibt auch wieder ein, quasi ein Spielermarket, wo, also wo Leute ihre eigenen Kreaktionen, sei es irgendwie, äh, so welche schönen Designs, äh, und sowas, äh, hochladen können und sowas, wo man sich immer was suchen kann, aber auch teilweise ein bisschen Karosserie-Tuning und so, was so ein bisschen bei Sport gefehlt hat und so, was aber auch eigentlich immer Teil der, der Gran Turismo-Indität ist, dass man sich so den Wagen ein bisschen aufmotzt und teilweise besser und schlechter macht, bei Gran Turismo-Sport hat man einfach einen Wagen gekauft und der hat seine bestimmten Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Wagen der Kategorie und dann muss man damit leben. Äh, hier muss man sich dann die Wagen so ein bisschen auch auftunen, beziehungsweise die Leistung ein bisschen minimieren, teilweise hier und da mal durch irgendwie mehr Gewicht mitnehmen oder die, äh, Leistung minimieren und sowas, das ist echt ganz cool, ähm, äh, und, 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 was denn noch? Ach, da gibt's zu viel. Äh, auch vor den Rennen kann man Fahrzeuge einstellen, da hat man so ein gewisses Menü, da kann man sagen, okay, welche Reifen mischen ich mit die harten, die, die harten Rennreifen oder die, äh, die weichen Straßenreifen oder so, die jetzt nicht so geil sind, ähm, die nicht so für Rennstrecken gedacht sind oder sowas, aber dafür von ihrer Wertung her niedriger sind, wodurch man teilweise bei, ne, um die Restriktion zu quasi unterwandern, also noch innerhalb des, äh, äh, Rahmen zu sein, da gibt's so, also da gab's so viele Einstellungsmöglichkeiten, teilweise auch in, da hab ich so, so diese, dat, äh, diese Messerungen gesehen, von wegen, wie viel Flüge willst du machen, wie, wie wirst du die Gänge übersetzen lassen, äh, und sowas, da, da, da hab ich überhaupt teilweise gar nichts verstanden, äh, und da war ich, saß ich da vormitt, also ein bisschen hab ich was verstanden und sowas, ähm, aber da saß ich da mit vielen Fragezeichen und sowas, kann man auch zum großen Teil ignorieren, aber leider nicht ganz, zumindest bei späteren Events. Dann gibt's noch einen Menüpunkt, nämlich die Missions. Da muss man sich keine Fahrzeuge kaufen, sondern bekommt man fast immer, bis auf ein oder zwei Ausnahmen, ein Fahrzeug, äh, vorgelegt. Und da auch, da hat man so eine gewisse Challenges, ähm, anders als im Lizenzcenter, braucht man das nicht, um irgendwie andere Events abzuschließen, sondern die Challenges, da hat man einfach nur am Ende eine Belohnung. Kann man wieder in Bronze, Silber und Gold abschließen, wie gesagt, alles auf Bronze gibt etwas, äh, alles auf Silber abschließen nicht, aber dann alles wieder auf Gold abzuschließen, bringt dann auch wieder etwas, äh, das ist, das bringt auch Fahrzeugbelohnungen, auch teilweise echt coole. Das ist so eine schöne Challenge, die man sich da, äh, auch bauen kann. Äh, besteht aus nicht so vielen Sachen, ist auch ein bisschen Kritikpunkt, dass die Abwechslung im Spiel, man kann halt nicht so viel machen, es besteht größtenteils aus Events, wo man Fahrzeuge überholen soll, äh, Spritspar-Events, die aber auch ein bisschen selten sind, also wo man mit einer gewissen Tankmischung so weit wie möglich kommen muss, indem man so ein bisschen ein paar Tricks anwendet, zum Beispiel nicht im ersten Gang anfahren, sondern im sechsten Gang anfahren oder eben in den Einstellungen des Fahrzeuges irgendwie die, die Power limitieren, um nicht so viel zu verschwenden oder sonst welche Tricks, ne, viel vom Gas gehen und rollen lassen und sowas, das ist echt ganz cool. Drift-Events, die echt mich am Rande, an den Rand der Verzweiflung teilweise gebracht haben, Drag-Rennen, genau das Gleiche, da muss man aus sich auch ein anderes, ein eigenes Fahrzeug tatsächlich für aufbauen und Ausdauerrennen, teilweise die eine Stunde lang sind, die echt eine Challenge sind und wo ich auch, hätte ich gesagt, mittlerweile immer noch nicht alles abgeschlossen habe, weil die echt naht und nustig sind, also da sind teilweise krasse Challenges dabei und die sind dann eher so für das, oder zumindest einige, die späteren Challenges sind auch teilweise für das, für das Endgame da, weil die sind echt hart und nüste gefühlt, also das letzte Drift-Event, das war eine Tortur, da auf den Score zu kommen. Gut, Händler habe ich schon erwähnt, sowas Wagen kaufen gebraucht, Brandcenter und legendär, es gibt wieder den Foto-Modus, auch hier habe ich den nicht benutzt, es gibt den Sport-Modus, also den Online-Teil, den habe ich tatsächlich nicht unbedingt gut viel gefahren, vielleicht werde ich den irgendwann nachreichen, ich habe mich hier tatsächlich so ein bisschen mehr auf den Singleplayer konzentriert, weil ich auch ein bisschen, das ist so ein bisschen das Problem, ich habe den Sport-Teil, Granthus-Modus-Sport, auch erst nicht mal vor einem Jahr gespielt und deshalb bin ich auch ein bisschen übersättigt, das ist so ein bisschen das Problem, ist mir auch später erst eingefallen, okay, ich bin auch ein bisschen dem ganzen überdurchtig, was so ein bisschen Granthus-Modus zum Teil geschadet, aber auch nicht unbedingt viel, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, um jetzt mal zu ein paar Kritikpunkten zu kommen, ich habe jetzt größtenteils die Struktur beschrieben, mal zu ein paar Kritikpunkten, ich kann sagen, okay, das Spiel fährt sich tatsächlich echt ganz cool, die Fahrzeuge sind ein bisschen realistischer, was so ein bisschen zum Problem, also gefühlt würde ich sagen, ein bisschen schwieriger, die zu kontrollieren, nicht unbedingt schlimm, aber für mich so ein bisschen ein Problem gewesen, was auch vielleicht, weil ich nochmal später ein bisschen erwähnen, näher erläutern möchte. Einerseits habe ich schon angerissen, die Menüs sind leider wieder doof, aber na gut, man kennt es halt schon, man kann leider nicht immer direkt intuitiv zu anderen Menüs rüber wechseln, zum Beispiel auch bei Online-Rennen, aber auch bei Car, wenn man irgendwie ein Rennevent hat und man hat diese Restriktionen, die man einhalten muss, dann sieht man zum Beispiel auch teilweise so, okay, du hast hier dieses Rennevent, deine Gegner werden diese und diese Fahrzeuge benutzen und dann geht es mir so, okay, ich will an dem Rennen teilnehmen und dann sagt das Spiel so, Fahrzeug aus der eigenen Garage wählen und dann sagt er im Spiel, du hast kein gültiges Fahrzeug, du musst dir eins kaufen und dann sieht man natürlich so, okay, ich brauche eins unter 400 Punkten, okay, gut, eins aus Frankreich, okay, gut, kann ich hier direkt ins Menü gehen? Nein, du musst raus aus dem Rennen, aus diesem World Circuit, rein zu der Brand Central, oder zum Rock-Rennen-Händler, rein zu Frankreich, zu irgendeinem Autohändler, der da gelistet wird und da musst du gucken, du musst dir merken, okay, ich brauche eins mit 400 und ich brauche halt ein französisches, statt dass man irgendwie einfach nicht aus dem Rennmenü irgendwie eine Option hat von wegen, okay, du hast kein passendes Fahrzeug, möchtest du dir eins kaufen und okay, du hast, du möchtest dir einen kaufen, hier haben wir eine Liste mit allen Fahrzeugen, die für dieses Event technisch gesehen zulässig wären und dann vielleicht noch eine Liste von Fahrzeugen, die nicht zugelassen wären, aber die du theoretisch zulässig machen könntest, indem du ein bisschen an denen tunest. Das gibt es leider nicht, das musste ich mir irgendwie alles merken und alles so ein bisschen, dann habe ich mir auch hier und da mal irgendwie Fahrzeuge gekauft, irgendwie ein Rennen gehabt, okay, habe mir ein, zwei Sachen gemerkt, okay, habe nicht so ganz, alles hundertprozentig gemerkt, einen Wagen gekauft und merkt so, okay, aber dieses eine Detail erfüllt der Wagen nicht und du kannst den nicht benutzen und deshalb hast du jetzt einfach Geld weggeworfen. Außer du brauchst genau diesen Wagen zufällig irgendwie in einem später aufkommenden Renn-Event. Aber ja, da, das ist irgendwie so ein bisschen doof. Das ist echt ein bisschen doof. Und auch teilweise immer beim Tune, also es gibt auch Rennen, gerade diese Ausdauerrennen, da kann es auch mittendrin regnen. Auch das Regnen ist ein bisschen ein Problem, zu dem ich gleich kommen werde, aber für das Regnen braucht man auch Regenreifen. Da muss man im Rennen halt von den Trockenreifen auf die Regenreifen wechseln, weil man dann mit den Bedingungen besser klarkommt und nicht irgendwie die ganze Zeit wegrutscht. Das kann man nicht immer wissen. Teilweise wird es einem auch, glaube ich, wird es einem angezeigt oder so. Ich erfahre es immer nur erst, wenn ich im Rennen bin. Da muss man rausgehen, muss zum Tuning-Shop gehen und die Regen- beziehungsweise die E-Terminienreifen, die so für gemischte Bedingungen sind, die hat nicht jeder Wagen, also du musst dir diese Reifen für jeden Wagen kaufen. Und die kosten 20.000. Und du hast teilweise, teilweise kaufst du dir ein Auto, wie so ein, sagen wir, ein Mini, ein Renault, Clio, so ein 20.000 Auto oder so, wenn es hochkommt, Auto, wofür du dann 35.000 Euro für Regenreifen ausgeben musst. Also mehr als der Wagen selbst kostet, weil für das Event, wo du den Renault Clio irgendetwas benutzen willst, brauchst du Regenreifen. Und du musst, wie gesagt, für jede scheiß Auto diese Sachen kaufen. Und das ist so ein bisschen unintuitiv oder sowas. Natürlich ist da so ein bisschen ein bestimmter Gedanke drin. Es gibt auch innerhalb des Tuning-Shops so ein Menü von wegen, es gibt anscheinend irgendwie so eine Art von Abnutzung, von wegen die Autos, die man oft benutzt, da nutzt sich die Teile ab, zum Beispiel der Motor, und du kannst die da erneuern lassen. Du kannst auch Autos waschen lassen und sowas, was leider nicht irgendwie detailliert so animiert wurde oder so mit so ein paar Leuten, die sich da hinsetzen und dann drüber spülen und dann schön wegwischen, sondern da gibt es nur so kleine Anzeige, die sich dann füllt und so sagen, waschen, 0% fertig, 50% fertig, 100% fertig, blopp. Also das gibt einem nicht so viel, wie man sich denken würde. Aber es soll halt eben so ein bisschen diese Autokultur rüber transportieren, was dann aber auch an der Playability, würde ich sagen, ein bisschen nagt, was nicht nervt. Nerven tat auch bei dem Spiel für viele die Game Economy, die mittlerweile auch überarbeitet wurde, aber auch nicht 100% perfekt ist, nämlich, dass die Events, wenn man die abschließt, bringen die zu wenig Geld. Was einem viel Geld bringt, ist Circle Experience. Also es gibt, man kann innerhalb des World Circuit dieses Menüs, wo man die ganzen Strecken auswählen kann, die man auch teilweise für diese Kaffee-Einträge ist auch irgendwie, das muss ich sagen, habe ich vergessen, irgendwie interessant, dass der Hauptprogressionsfahrt des Spiels ist, dass man sich irgendwie einen Rennfahrer irgendwie in einem Kaffee, was so in einem Wald irgendwie dargestellt ist, hinsetzt und dort Menübucheinträge sich durchliest, wo er sich dann darauf basierend Autos kauft irgendwie. Das ist weird, aber hey, es funktioniert irgendwie. Ich möchte noch kurz zurückkommen, weil ich das vergessen habe zu erwähnen. Zu den Menübucheinträgen, falls man drei Autos davon besorgt hat, bekommt man einerseits, bekommt man als Belohnung auch in diesem Kaffee eine kleine Erklärung, bekommt so ein bisschen die Motorhistorie von diesem, zu diesem Thema, was es da gibt, ich habe es ja erwähnt, so diese 60er Jahre französische Karren, 70er Jahre Massacars oder sonst was, Coupés der Moderne, ist nicht immer zeitlich eingesteilt, aber das ist nur so als Beispiel, bekommt man immer so eine kleine Erklärung, ne, oder eine bestimmte Automarke, fünf Generationen, drei Generationen von BMW oder so. Da gibt man, bekommt man immer eine kleine Erklärung, leider ist vieles davon hier, also gar nichts im Spiel ist eingesprochen, auch bei diesem, bei diesem License Center, also was so ein bisschen als Tutorial dient, was einem so auch teilweise die Basics beibringt, so gutes Anfahren, Kurven richtig nehmen und sowas. Da gibt es auch so eine Erklärung, aber das ist einfach nur so ein Gesicht, was so im Bildschirm aufploppt von irgendwie so einem Entwickler oder irgendwie so einem Schauspieler, der sich hier dafür breit erklärt hat und dann wird unten ein Text eingeblendet, der so durchscrollt und man sich dann durchlesen kann oder wegdrücken kann. Da hätte ich mir weh erwähnt, da hätte ich mir, wenn ich dann irgendwie so einen Menübureintrag beendet habe, hätte ich mir weh erwähnt, also ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, also es hat mich nicht interessiert, aber wenn es um mich dann vielleicht mehr Interesse hätte, um mehr Interesse hätte, das hätte mehr Interesse aufbauen können, so wird ein Satz draus, wenn das vielleicht mal so ein bisschen erklärt wäre oder präsentiert werden würde. Es wird ein bisschen präsentiert, weil die dann auch diese drei Fahrzeuge immer in so einem schönen Hintergrund stehen. Wie gesagt, es gibt diesen Foto-Modus, da gibt es auch ein paar Hintergründe und sowas und das sieht immer relativ realistisch aus, auch wenn man merkt, was dieses 3D-Modell auf so einer 2D-Hintergrund irgendwie draufgepappt wurde, es sieht irgendwie trotzdem denn auch halbwegs glaubwürdig aus, ehrlich gesagt. Und da bekommt man halt eben so eine kleine Erklärung von wegen, jo, das ist der 3er-WMW von 88, äh 83 und dann wurde er 2005 erweitert mit dem Most Wanted BMW M3 und dann kam irgendwie ein neuer oder sowas in der Art, aber das wird leider nicht eingesprochen. Das ist auch echt schade. Das erwarte ich bei so einem Spiel, was wie gesagt dieses Auto-Motorsport-Kultur so krass zelebrieren möchte, da erwarte ich mir das irgendwie. Also, sorry, zurück zum Thema. Unter am meisten Geld bekommt man durch die World Circle Events, also jeder dieser Strecken, die man im Verlauf des Spiels freischaltet, wo, ich glaub, gut 30 Strecken in Dutzenden Kombinationen dabei sind, also, ne, auf der Ebene der Streckenvielfalt, kann ich mich echt nicht beschweren. Das werden auch wahrscheinlich noch ein paar dazukommen für den Multiplayer. Ähm, da ist schon einiges dabei an, realen Strecken, aber auch einige fiktive Strecken aus der Gran Turismo-Reihe, die mir auch teilweise sehr gut gefallen. Sardinja, Sardinja, ähm, Blue Moon Speedway, Deep Forest, ähm, alles sehr, sehr cool. Und da gibt's Streckenerfahrungen, wo man dann, äh, bestimmte Zeiten unterschreiten muss. Auch wieder da, in diesem drei, äh, drei Rangsystem, Bronze, Silber, Gold. Und da kann man auch, da kann man tatsächlich gut Geld machen mit. Ähm, ja, das war teilweise sehr, sehr broken, äh, zu Beginn. Mittlerweile hat sich, haben sich, und musste, äh, viele dieser World Circle Events fahren, um echt sich, da kriegt man nur so 20.000, 30.000, 40.000, hin und später mal auch 100.000 Euro Credits, wenn man das Rennen gewinnt, muss, auch da, wo es ja erwähnt, das ist eines der Spiel, muss nicht unbedingt immer jedes Rennen gewinnen. Reicht meist, irgendwie Top 3 zu werden, was ich echt ganz gut finde. Ähm, das ist nicht ganz belanglos, wo man einfach, ja, fahr das Rennen und je nachdem, wo du gewinnst, du kriegst, du kriegst trotzdem Progression, auch wenn du Lister wirst, wie es teilweise bei zum Beispiel Forza ist, ähm, aber auch, also das ist das eine Extrem, das andere Extrem ist halt eben, dass man sagt, okay, du musst Erster werden. Das ist das andere Extrem und da finde ich das einen guten Kompromiss, dass man meistens gesagt bekommt, okay, werde zumindest Dritter von 12, 16 oder ich glaube, in den meisten Fällen maximal 20. Das ist okay, wie gesagt, das wurde auch ein bisschen angepasst, dann gab es dann am Ende auch einen Boost, dennoch gibt es immer noch das Problem, man hat teilweise Events, wo man sich Wagen kauft, der kostet dann auch teilweise 150, ne, ich hab das Problem erwähnt, teilweise braucht man dann bestimmte Reifen, Regenreifen, Trockenreifen, Racing Hearts, Racing Mediums, Racing Softs, kostet dann auch 20.000 oder 30.000 und man gewinnt am Ende gerade mal eben so genug Geld, um diesen Verlust einzu, äh, 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 wieder wegzumachen, teilweise aber auch sogar gar nicht, weil es gibt auch Autos, die kosten eine Million oder so und da kriegst du für das Event zwar irgendwie 3.000, 400.000, aber das sind trotzdem 5.000, 600.000, äh, 700.000 Euro Verlust, äh, also, oder nicht Euro, Credits, ne, wie es im Spiel heißt, aber das ist irgendwie, ne, äh, es gibt diese, äh, Roulette Tickets, ähm, die bekommt man, wenn man täglich eine bestimmte Anzahl an Kilometern gefahren ist, mit täglich meine ich, nicht In-Game-Tag, sondern ich meine den realen Tag, ne, jeden Tag musst du den nicht einloggen, muss ich glaube 54 Kilometer fahren, schafft man meistens mit einem Event oder mit zwei, ne, das dauert nur so, 20 Minuten, eine halbe Stunde, äh, und dann bekommt man dann halt dieses Red Ticket und dann kann man so ein, aus, kann man 5 Preise gewinnen, äh, die Rewards sind richtig scheiße, da bekommt man nicht so viel für und ich, ich hab das mittlerweile mehrmals gemacht, ich, ich weiß nicht, ob ich verhext bin, aber ich bekomme, die Rewards sind immer unterschiedlich, äh, es gibt unterschiedliche Arten von, äh, Roulette-Tickets, es gibt dann irgendwie 1-Sterne-Roulette-Tickets, da gibt's irgendwie, da gibt's nur beschissene Gewinne und 6-Sterne-Tickets, wo es nur halbwegs hohe Sachen gibt, also im Vergleich, äh, und ich bekomme immer irgendwie das Schlechteste, ich, ich weiß nicht, ob ich verhext bin, oder ich hab das, ob das irgendwie so eine, so eine geheime Motivation ist, um sich irgendwie für Echtgeld Sachen zu kaufen, weil das Spiel hat Echtgeld, äh, Inhalte, was, äh, ich an dieser Stelle sehr, sehr kritisieren möchte, und, äh, wie gesagt, das Spiel arbeitet ein bisschen auf den Grind hin, äh, was so ein bisschen ein Anhaltspunkt dafür ist, dass man sich, so ein bisschen das aufgebaut hat, dass man sagen muss, okay, das Spiel kostet 60 Euro, und man geht davon aus, dass die Spieler sich halt eben aufgrund des Frustes, aufgrund der Dauer, die das Ganze hat, sich die ganzen Autos zusammenzukaufen, zusammenzusammeln, dass man dann sagt, okay, ich kauf mir für Echtgeld irgendwie so und so viel Geld, und dann kauf ich mir die einfach mit meinem realen Geld, was ich dann in, äh, Spielegeld umwandle, ähm, das ist echt scheiße, es wurde zwar verbessert, also es wurde stark verbessert, also, so ist es nicht mehr viel schlimmer, es kamen auch neue Eventtypen hinzu, teilweise auch welche, die so von der, äh, Dauer, die die Events dauern, äh, zu der Ratio, wie viel Geld man dafür kriegt, da kann man die auch gut farmen oder sowas, aber natürlich möchte man das irgendwie nicht, man möchte einfach die Events fahren, und man möchte irgendwie immer genug Geld haben, dass man sich eigentlich eine gute Auswahl an Fahrzeugen kaufen kann, statt zu grinden, irgendwie die gleichen Events, ähm, aber wie gesagt, das wurde so ein bisschen behoben, es gibt auch immer noch gefühlt zu wenig Geld für Online-Rennen, von dem, was ich gesehen hab, ähm, das ist echt ein bisschen schade, und es gibt 400 Autos, ich weiß nicht, äh, wie viele Autos ich im Spiel habe, nach, ich weiß auch nicht, wie viel Spielzeit ich hab, wisst ihr was, ich hab hier meine Konsole hinter mir stehen, ich mach die mal eben an, und guck währenddessen, äh, gib mir ne Sekunde, so, da wär ich, ich guck mir so ein bisschen schräg nach links, deshalb verzeiht mir, falls ich irgendwie komisch klinge, bei mir steht hier, im Menü, Total Time Driven, 46 Stunden, das ist nicht meine gesamte Spielzeit, weil ich hab nicht alles in, auf Strecken verbracht, sondern auch teilweise Menüs, auch vielleicht viel, ich sag mal, ich rechne jetzt einfach mal so 10 Stunden drauf, für die Zeit, die ich im Menüs war, oder im Tuning, oder sowas, also 45, äh, 55 Stunden Spielzeit, möchte ich jetzt mal behaupten, und, oh, ich soll das selber machen, Shit, es hört die Musik, die Musik ist übrigens immer noch, so chillige Lounge Musik, die ich echt nicht schlecht finde, äh, close, genau, also, nach 55 Stunden, habe ich von, 400 plus Autos, ähm, natürlich nicht alle, die Frage ist, wie viele habe ich, ich habe, 114, das, viele davon habe ich auch als Rewards bekommen, wie gesagt, weil ich halt eben, fast alle, äh, dieser, Kaffee-Bucheinträge fertig habe, und so bekommt man viel, viel schneller, ne, also man bekommt, im Vergleich, die ersten 20 Spielstunden, mehr Autos als in den letzten 20 Spielstunden, also von Stunde 1 bis Stunde 20, bekommt man wahrscheinlich mehr Autos als, Stunde 100, bis Stunde 120, würde ich sagen, dafür, dass ich ungefähr, ich sehe es auch hier gerade, 114 von 430, ähm, ja, und es wird schwieriger, es wird schwieriger, weil viele der Wagen, die mir noch fehlen, sind teure Wagen, und viele der Wagen, die ich schon habe, sind irgendwie so Wagen, die 20, 30, 40, 50, 100, vielleicht auch mal so 200.000 kosten, und viele dieser Millionen Wagen, 5 Millionen Wagen, und so, die fehlen mir oftmals, also das ist auch so ein Punkt, den man beachten muss. Und das ist, finde ich, ein Problem. So, mach ich mal leise. So, keine Ahnung, das wollte ich irgendwie kurz mal nachchecken. Und, das ganz, ganz große Problem, was ich hier sehe, ich bin kein Pro, was die Reihe angeht, deshalb, man möge mir, das ist eine, 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 eine uneducated opinion, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass diese Reihe ein bisschen Identitätskrise hat. Es war ja schon immer so, dass es so ein bisschen, nicht hundertprozentig, also kein Arcade, auf keinen Fall ein Arcade-Spiel ist, aber bei Simulationen, da gab es immer so eine Fraktion, die sagt einem, was die richtigen Simulationen sind. Auch wenn sich dieses Spiel, den Untertitel, The Real Racing Simulator hat, das hatte ich schon auch seit Jahren, seit Beginn glaube ich sogar, Gran Turismo, The Real Racing Simulator, war nie ein Real Racing Simulator, da gab es immer so Spiele wie, keine Ahnung, A-Faktor, Assetto Corsa oder sowas, die Pros, die werden einem sagen, nee, das sind keine, das sind die richtigen Simulationen, das ist schon ein bisschen für den Massenmarkt gemünzt und deshalb kann es nicht so eine karte Simulation sein. Aber die Spiele waren, wenn man rückblickend, gerade sowas wie die PS2-Teile, Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, von dem was ich gesehen habe, kann man sagen, die waren durchaus, eigentlich eher sogar, ja, Arcadig, das ist sogar lustig im Rückblick, dass man The Real Racing Simulator gesagt hat, weil das war sehr, sehr wenig Simulativ. Gleichzeitig, also dementsprechend fehlen auch einige dieser Simulationsinhalte, wie zum Beispiel, dass man ein Qualifying hat, was dann bestimmt, wo man im Fahrerfeld startet, aber zu Beginn des Rennens, wie es zum Beispiel bei Formel 1, auch das kein richtiges, keine richtige Simulation, also wieder in diesem Zwischenbereich. Das gibt es nicht, denn man möchte so ein bisschen eine Art von Progressionsgefühl liefern, deshalb ist es so, dass man jedes Event, daraus besteht quasi, dass man hinten im Feld beginnt, und sich im Verlauf des Rennens nach vorne kämpft und dann die KI so ein bisschen Gummiband hat, aber auch im Durchschnitt schneller ist, weil, ne, wenn man dann irgendwie so zehn Sekunden Rückstand startet und so, dann muss man natürlich auch aufholen, weil es ist irgendwie blöd, wenn man nach drei Runden immer noch zehn Sekunden Rückstand hat, weil die Fahrer quasi genau gleich gut fahren. Also da muss schon eine gewisse, da muss eigentlich, die KI muss dann quasi schlechter sein, als man selbst. Gleichzeitig nimmt es aber auch von diesem Gefühl hin, was, äh, weg, wieder, was das Spiel vermitteln will, von wegen Rennen, Autokultur, dieser, dieser Wettbewerbsgedanke, weil man eigentlich merkt, okay, eigentlich bin ich eigentlich viel, viel besser, wenn man so ehrlich ist. Ähm, ich hab da immer gesehen, bei diesen Events tauchen teilweise die gleichen Namen auf von KI-Gegnern, Yves Raga oder M-Hizal oder sowas, sind so Namen, die mir spontan einfallen, die so KI-Gegner hatten, aber ich hab mir nie gesagt so, ich hab nie geroleplayed und gesagt so, oh, ich bin jetzt so ein klasse Rennfahrer, ich steig in der Rennen-Weltmeisterschaft auf oder sowas und dann fahr ich hier gegen den und den und so, weil ich bin, ich fahr die in den Boden eigentlich. Die Frage ist, schaff ich es innerhalb der Renndauer, drei Runden, fünf Runden, teilweise mal zehn Runden oder so, schaff ich es da von Platz 20 auf Platz 1 zu fahren und bei einem steigen ja, bei einem steigen nicht. Auch da wieder so ein bisschen schwankende KI-Stärke und sowas. Bei einigen Rennen dachte ich mir so, easy, da hab ich sogar ab 50% des Rennens das ganze Fahrradfeld überholt und dann die restlichen Rennen, da hab ich am Ende noch sogar 20, 30 Sekunden fucking Vorsprung aufgebaut. Also das ist ja komplett, da kommt gar kein kompetitiver Gedanke so richtig auf, was so ein bisschen schade ist. Also genau, deshalb ist es da nicht so in diesem K, es ist kein harte KI, die sich auch zum Beispiel in F1, was ja auch bald rauskommt, wo ich mich sehr darauf freue, dabei ist, wo man sich so schön auf genau die eigenen Skill-Level münzen kann, wo man irgendwie zum Beispiel mit Formel 1, aber ich kann es auch aus anderen Spielen wie Project Cars, wo man so in so einem 100-System, in Einsachschritten ganz genau einstellen kann, wie schwer die KI ist und auf 80 merkt man dann so, okay, die ist so, die KI ist so im Schnitt ein Zehntel schneller pro Runde und dann weiß man, okay, ich muss ungefähr zwei KI-Punkte runtergehen auf, sagen wir 78 statt 80 und dann sind die genau mein Skill-Level und falls ich das dann zu scheiß finde oder beziehungsweise falls ich merke, okay, die sind genauso gut wie ich, weshalb ich keinen Vorsprung baue und ich möchte schon ein bisschen besser werden, also ich muss schon, möchte schon so ganz langsam im Fahrerfeld vor mich preschen, kann man, geht man nochmal drei Punkte auf 75 runter oder sowas also das ist, finde ich, ein besseres System als dieses leichte Gummiband und so, also ich mag, ich hab kein Problem mit Gummiband, ich weiß, dass früher in den Spielen Gummiband deutlich krasser benutzt wurde, die Spiele waren aber auch anders aufgebaut, damals war es so, dass man auch wieder relativ, also ganz hinten oder relativ hinten im Fahrerfeld gestartet ist und man ist als Sechster von Sechs oder als Achter von Acht auch aufgrund von technischer Libertierung teilweise damals in der PS2-Generation zum Beispiel gestartet und musste dann halt eben dementsprechend fünf oder respektive sieben Autos innerhalb des Rennverlaufs überholen mit einer sehr sehr arcadigen Steuerung, mit diesem Gummiband-Ding, was nicht so weit entfernt ist von Needworth, wie man sich vielleicht denken mag bei einem Spiel, was wie gesagt The Real Racing Simulator sich so ein bisschen drauf schreibt. Hier ist es so, dass man als Zwanzigster von Zwanzigster startet und dementsprechend neun, zehn Fahrer überholen muss und der erste Platz startet er dementsprechend mit gut einem halben, einer halben Runde Vorsprung und das geht so ein bisschen auf das Problem, das ich gerade schon angedeutet habe, zurück, dann fühlt man sich nicht so, wenn man sich durch das Fahrerfeld durchfliegt, dann fühlt man sich nicht so wie ein krasser Competitor, das kriegt man aber auch nicht am Ende einen Reward, falls man das nicht hinkriegt, also muss man das irgendwie schon machen, also da hat das Spiel wie viele Randspiele gefühlt so ein bisschen das Progressionsproblem irgendwie oder dieses doch, das Progressionsproblem trifft es eigentlich schon ganz gut und genau, man hat diese 20, dieses 20er Feld und man muss alle überholen, was dann wieder sehr, sehr arcadeig ist, statt dieses Simulative, ich habe ein Qualifying startet irgendwo, teilweise auch vielleicht sogar als erster Platz und dann muss ich den ersten Platz verteidigen für die gesamte Dauer des Rennens und das ist dann auch teilweise eine Challenge, weil ich merke, wie der zweite Platz mir auf die Pelle rückt, das ist, das ist dann nicht, da hat es nicht das Simulative, sondern das Arcadeige, gleichzeitig erkannt man aber auch nicht so wie viele Arcade-Spielen diese Möglichkeit einfach arcadisch so schnell, schön in die, in den Scheitelpunkt der Kurve so rein zu grätschen und so ein bisschen, so ein bisschen wegrammen, das gibt es auch nicht, weil dafür dieses, diese, dieses, ja wie sagt man, die Physik, dieses Steuerungssystem, da kann man nicht einfach reinpreschen, sondern man baut sich da irgendwie, da kriegt der Wagen Schaden oder man, es passiert oft, dass man sich einfach wegdreht aufgrund der Physik des Spiels und sowas, das ist einfach nicht, hat keine Arcadige Physik, da geht es dann wieder, komischerweise in Richtung Simulation und daher, da kann man nicht arcadisch einfach reinpreschen, um im Fahrerfeld voranzukommen und wie gesagt, es gibt, wenn es sich noch nicht abgeschossen hat, teilweise diese, diese Einstunden Ausdauerrennen, wo man das Gefühl auch teilweise machen muss, um durch, durch das ganze Fahrerfeld durchzukommen. Deshalb gibt es auch einige Rennen, wie gesagt, einige Rennen schaffe ich mit 20 Sekunden Vorsprung, andere Rennen, da schaffe ich kaum Dritter zu werden, also schaffe ich es nicht, Dritter zu werden und die damit erfolgreich abzuschließen also, ja ne, Regen, der kommt, der ist da, weil das so vielen Spielen, Simulationen drin ist, dass man so wechselnde Wetterbedingungen hat, dass man so ein bisschen darauf achten muss, wie gesagt, es sind auch Boxenstops im Spiel, wo man die Reifen wechseln kann, den Tank auffüllen kann, weil es auch Ausdauerrennen gibt und dann muss man auch teilweise Sprit sparen oder man belegt sich, okay, spare ich mehr Sprit oder fahre ich den Tank, fahre ich den Wagen schnell aus, mach dafür einen Stopp mehr oder sowas und so, da kommt das Strategische wieder ins Spiel, das finde ich cool, aber dann ist der Regen, der taucht dann irgendwie gefühlt, setzt er spontan auf, weil die Rennen sind zwar, es gibt dann teilweise auch längere Rennen, 20, 30 Minuten, aber ein richtiges Ausdauerrennen dauert eine Stunde, zwei Stunden, also Ausdauerrennen in der echten Welt dauern teilweise 24 Stunden und das kann man natürlich nicht im Spiel genau umsetzen, aber man kann es zumindest versuchen, indem man so ein Stunden-Event macht oder zwei Stunden-Event, die gibt es halt hier aber sehr, sehr selten und da taucht teilweise der Rennen halt, deshalb taucht der Regen nicht innerhalb von mehreren Runden auf, weil das Rennen dauert ja nur ein paar Runden, sondern da taucht der Regen innerhalb einer Runde auf und da ist es so krass und so extrem, dass man innerhalb, am Anfang der Runde ist der Wagen noch fahrbar, am Ende der Runde hat man Aquac Planning, also das geht gar nicht, das geht einfach gar nicht oder muss man das Rennen neu starten und dann merkt man sich so, okay, ab Runde 4 hat der Regen angefangen, deshalb muss ich am Anfang von Runde 4 schon die Box fahren, schon mal die Regenreifen aufziehen, die sind dann zwar nicht passend für die Bedingungen, weil es noch nicht regnet und noch trocken ist und die Reifen dadurch warm laufen, weil es halt Regenreifen sind, die sind für Regen gedacht und nicht für eine trockene Strecke, aber ja, das ist alles irgendwie nicht so ganz perfekt und das zeigt für mich, dass da so eine gewisse Identitätskrise laut, wie gesagt, ich habe ein bisschen einen Verschleiß gemerkt oder eine Übersättigung, was den Multiplayer angeht, da habe ich auch teilweise das Problem gehabt, dass für eine Zeit lang der Multiplayer, dass man da, da hat man ja diese drei Events standenmäßig pro Woche, ändert sich die Strecke, man kann so ein Qualifying fahren, was ja cool ist, das gibt es leider nicht im Singleplayer, wünschte ich mir ja, da kann man Qualifying fahren und da fährt man halt gegen, wie sagt, Spieler eines gleichen, eines ähnlichen Skill-Levels und da war es eine Zeit lang so, dass man für diese Events nicht nur sich einen Wagen innerhalb des Singleplayers erspielen musste, sondern man musste sich auch den Wagen zusammentunen und da hat es irgendwie so, man möchte, ich hätte da lieber einen Multiplayer gehabt, wo man einfach schnell rein und schnell rauskommen kann und das ist natürlich, dass man einerseits, dass man schon sich die Fahrzeuge nicht gestellt bekommt vom Spiel, oder so, dass man die Singleplayer im Singleplayer freigeschalten oder gekauften Fahrzeuge im Multiplayer verwenden muss, hat man so ein gewisses Problem, weil man dann am Anfang, ich wollte irgendwie schon in der ersten Woche, wo ich das Spiel gespielt habe, Multiplayer spielen und habe dann gemerkt, okay, für die drei Events, die diese Woche zur Verfügung stehen, ich habe dafür keine Wagen und ich kann mir die Wagen, die ich für dafür brauchen würde, nicht leisten, ich müsste mich noch ein bisschen zusammensparen und dann könnte ich mir einen dieser Wagen leisten und falls es irgendwie ein beschissener Wagen ist, wo ich merke, oh, der ist irgendwie, der hat irgendwie mehr so das Handling, aber ich hätte gern Topspeed für diese Strecke, aber ich habe Pech gehabt, muss ich nochmal das Geld erfahren. Das ist auch so ein kleines Problem, was ich habe, wie gesagt, mittlerweile habe ich mir so einen kleinen Fuhrpark aufgebaut und so, da ist es nicht mehr so hundertprozentig ein Problem, ich kann bei den meisten Online-Rennen mitfahren, aber wie gesagt, ich habe nur zu Beginn meiner Spielzeit so ein bisschen ein, hier und da mal ein bisschen reingefahren, ich hatte wie gesagt ein bisschen ein Problem mit der etwas realistischeren Physik im Vergleich zu Granthorosport, weshalb ich bei Fahrern, die vermeintlich meinem Skillware entsprechend ein bisschen hinten dran hingen, nicht ganz abgeschlossen, aber ich habe so ein paar Plätze verloren innerhalb des Rennens und es waren nicht sehr befriedigend, auch das hat mich dann ein bisschen, das so bewegt, eher in Richtung Singleplayer zu spielen und dann zu sagen, ich gehe später in den Multiplayer rein. Wie gesagt, ich habe mich deshalb eher auf den Singleplayer fokussiert, ich habe auch, wie gesagt, den Verschleiß, weil ich nicht vor allzu langer Zeit Granthorosport gespielt habe und alles in allem hat das so gesagt, dass ich ein bisschen enttäuscht aus Granthorosmo 7 rausgehe, aber, aber, ich war jetzt sehr negativ, alles in allem ist das immer noch eine schöne, ein schönes Rennenspiel, ein schönes Simcade, also etwas im Zwischenbereich von Simulation und Arcade mit ein paar Alterskrankheiten, möchte ich sie jetzt, möchte ich mal so sagen und mit einer, wie gesagt, mit einer kleinen Intenditätskrise, eine Midlife-Crisis, wie man so möchte, aber ja, ich dennoch, das Fahrgefühl ist immer noch top auf der Strecke und wie gesagt, wenn man, ich glaube, wenn ich Multiplayer ein bisschen mehr spielen würde in Zukunft und dann gegen gleich gute Spieler spiele, dann vielleicht geht es ein bisschen wieder weg, weil das hat bei Granthoros schon einfach so unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, genau, das war alles, vielleicht habe ich ein bisschen was vergessen, ich könnte auch erwähnen, dass vielleicht, ähm, mich Granthoros schon ein bisschen mehr an das, äh, Ding herangeführt hat, ich habe auch eines der Dinge, die Granthoros Sport hoch einem ansehen, wie sagt man das denn, für die ich Granthoros Sport wertschätze, ist, dass es mich dazu bewegt hat, zum ersten Mal in einem Rennspiel zu sagen, nö, ich fahre nicht automatisch, ich lerne jetzt manuell in einem Videospiel zu schalten und vielleicht auch mal hier und da mal ein paar dieser Hilfen wie Traktionskontrolle oder, äh, Antiblockiersystem auszuschalten, um mich so ein bisschen dran zu gewöhnen, das hat mich irgendwie dazu motiviert, auch weil Granthoros Sport zwar wenig Singleplayer-Content hatte, aber die Tutorials, die es hatte, waren sehr ausführlich, mit teilweise Verlinkungen zu YouTube-Videos, die dann auch irgendwie 20, 30 Sekunden, äh, in 20, 30 Sekunden einem gut das Ganze erklärt haben, für die einzelnen Aktionen hier, bei den Lizenztests hat man das so ein bisschen gehabt, aber auch nicht so viel, ich hätte da gerne noch eine Neueinführung gehabt, die war leider nicht so 100% gut, die ist aber okay, würde ich sagen, ähm, die geht ganz gut, weil auch ein, diese, äh, diese Kaffeebucheinträge auch so, gerade zu Beginn, so ein bisschen langsam in das Spielsystem einführen, ich finde auch interessant, ähm, man schaltet den Multiplayer erst nach, ich glaube, 3, 4 Spielstunden frei, also muss erstmal die Lizenz, die erste Lizenz abschließen, muss erstmal zumindest ein Kaffeebucheintrag abschließen, dann sagt einem das Spiel, erzählt einem das Spiel, erstmal, schaltet man erstmal, glaube ich, die Mission frei, wo man auch eins, ähm, machen muss, übrigens, die Kaffeebucheinträge habe ich nicht so ganz richtig erwähnt, die bestehen nicht nur daraus, dass man drei Fahrzeuge, ähm, sich holt, durch, äh, kaufen oder durch Renngewinnen, sondern die bestehen auch teilweise dadurch, dass man irgendwie bestimmte Spieleinhalte irgendwie, äh, zum ersten Mal macht, äh, teilweise wird, also es gibt auch dann, das habe ich vergessen zu erwähnen, es gibt auch Meisterschaften im Spiel, also teilweise ist dann ein Kaffeebucheintrag gewinne die Meisterschaft, äh, wo man dann kein, am Ende kein Auto gewinnt, sondern einfach Preistellte bekommt, ähm, ne, wo man dann halt drei Rennen fährt, pro Rennen Punkte bekommt und am Ende dann die Punkte zusammengezählt werden und sowas, auch das eigentlich mag ich sogar sehr, sehr cool, mag ich generell ganz gerne. Gott, meine Stimme gibt langsam mal wieder nach, ich bin ja aber auch eh am Ende. Auf jeden Fall, ich war wieder sehr negativ, muss ich sagen, im Grunde genommen, macht das Spiel aber auch dennoch sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, vielleicht mit ein bisschen Pause, welche, da denke ich mal, später im Jahr nochmal wieder reinschauen. Ich spiele so oder so hin und wieder immer nochmal, weil, wie gesagt, einige der Challenges sind echt hart und da weiß ich mir ein bisschen die Zähne draus, hab aber dennoch hundertprozentig gefrustet, bin ich nicht ein bisschen natürlich so, aber dennoch bin ich größtenteils motiviert, das mal irgendwie so zu packen. Ähm, und das freut mich, dass ich dann, dass ich dann merke, okay, ich hab doch Bock an, an dem Spiel und doch Bock mich da rein zu tauchen und das ist doch, würde ich sagen, ein durchaus positives Statement, äh, so ein Anzeichen, dass ich das dann doch sehr, sehr positiv sehe. Das war's. Ach, Gott. Wie gesagt, es tut mir leid für die Verspätung um einen Tag, ähm, aber ja, das war's, mal wieder mit dem Gamespot Podcast, wie gesagt, zur 30. Folge, die wird wahrscheinlich, die wird auf jeden Fall außerplanmäßig Mitte des Monats kommen, statt, ähm, statt Ende, äh, Anfang meine ich, äh, Juli. Wobei natürlich, das, äh, auch dazu noch gesagt, hab ich vielleicht nicht ganz klar gemacht, das heißt nicht, dass die Folge, äh, Folge Anfang Juli ausfällt, nein, die wird einfach standardmäßig stattfinden und diese, äh, Folge, die so die, das Summer Games Fest, ähm, behandelt, die wird einfach außerplan, so eine außerplanmäßige Geschichte sein, also da fällt nichts weg und wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich, äh, diesen Podcast halt aufnehmen werde, wie gesagt, am 9. ist etwas und am 12. meine ich und ich weiß nicht, was es noch ist, deshalb kann es sein, dass wir schon am 13., äh, 13. nicht, aber am 14. vielleicht kommt dann, also nächste Woche kommt dann wahrscheinlich, vielleicht sogar schon die nächste Folge dieses Podcasts mal schauen, vielleicht auch eine Woche später, je nachdem, was noch so, äh, kommt. Es wird sowieso nicht, es gibt nicht nur diese Events hier jetzt nächste Woche im Juni, es gibt auch teilweise welche, die für Juli angekündigt sind und ich glaube, ab August müsste eigentlich wieder diese Gamescom Opening Night Live sein und da auch da gibt es so in, in der Nähe, äh, ein paar andere außerplanmäßige Events, die man durchaus besprechen kann. Wahrscheinlich wird EA irgendwie irgendwann mal was haben oder so, äh, ne, mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall, das war's mit dieser Folge, eine wieder etwas längere Folge, was auch schöner ist, so über der 1-Stunden-Marke, 1-Stunden-20, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, war doch schön. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir hören uns dann bei, oh Gott, oh Gott, ich Idiot, es kam ja Elton, das Elton Ring Tagebuch, die erste Folge und leider noch nicht die zweite Folge. Ich hab, ich arbeitete hart an der zweiten Folge, ich hoffe, die kommt diese Woche noch bevor die, äh, meine Pfingstferien, die ich aktuell habe, vorbei sind. Die hab ich nämlich diese Woche. Ähm, deshalb hoffe ich, kommt in Bälle die zweite Folge, wahrscheinlich, hoffentlich in diesem Monat die dritte Folge noch, vielleicht die vierte Folge, aber ich werde jetzt nicht damit rechnen, äh, fest. Äh, und dann werde ich dann vielleicht Ende des Monats mein erstes Zwischenfazit geben zu, ja, nicht unbedingt zu, wobei Elton Ring hab ich ja schon jetzt, da war ich sogar, tatsächlich sogar zum zweiten Mal durchgespielt mit einem anderen Charakter. Ähm, und ja, da werde ich meinen Zwischeneindruck zu dem, quasi zum Stand des, bis dahin, letzten erschienenen Tagebucheintrags, so ein bisschen preisgeben, aber ich arbeite noch am Tagebuch, äh, und versuche das so alle zwei, zwei Wochen wäre irgendwie gut, na, aber es kommen auch andere Projekte natürlich, deshalb ist es ein bisschen schwierig, wie der Podcast hier zum Beispiel, deshalb habe ich nicht unendlich viel Zeit und eine Uni, darf ich nicht vergessen, Uni. So, das war's, jetzt nun wirklich mit der Podcast-Folge und wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder, also, bis dann, tschüss. Bis dann, bis dann. Untertitelung. BR 2018